Moj 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 Loos geht Euer Benny wieder am Stand auf der Kamera King Bumper mit einer weiteren Folge Süd-Hömer Lets go Freitag Endspurt Hier ist der Tank leer Ah weißt was ich gekauft gegangen ist? Der ist die Saatgut anhängen Ja, 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 was kommt mit den hier, oder? Damit kommen wir noch. Komm in die Koffer, komm in. Komm her, komm her, komm her, komm her. So, dann hol ich mal einmal kurz zurück. so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der und der, wo ich nun mal erwähnt habe, habe das nämlich jetzt auch hier, aber hier noch ein Kerner, 3 Meter, Lämpen, hier ist die Feder steht, 3 Meter, der ist eigentlich optimal, um den von den anderen zu erspannen. So, kaufen wir den mal, der Feder steht da, so, dann setzen wir den auch nochmal zurück, 2 Viertel, so, ich habe jetzt hier, ich muss mal gucken, was ich hier überhaupt jetzt habe, das ist eine ganze Menge, so, da war jetzt Soja, Soja, abgeendet, ok, dann haben wir hier Ölradik, hier haben wir hier Gerste, hier unten haben wir Weizen, Zuckerrüben, oben kommen Sonnenblumen, gut, Seite 2, Dann haben wir hier, Roggen, die Hafer, Hafer, Roggen, ja, sonst nix, ne. So hier und, na wie, Tabak. Alles im erdereißen Zustand, äh, erdereißen schon, aber so, wie ich sein soll halt. Kann ich eigentlich, dies, ja, guck mal, Pflanzenstirben kann ich auch gar nicht für einschließen. Ok, jetzt gucken wir mal nach oben hin. Schöne Felder, guck mal, die haben schon Blätter, Schulingsmitte. Schöne Felder, blüht alles schön. Hellig. Schöne Felder, blüht alles schön. Schöne Felder, blüht alles schön. Oh, wie kriegen wir hier? Schöne Felder. Schöne Felder. Schöne Felder. Ich will mir das mal angucken, wie das nachher aussieht, wenn das fertig ist. Guck mal, wäre doch geil, wenn die Feder zinken von auf dem Weg. Da ist ja schon immer eine neue Saukmaschine drauf, vielleicht soll ich doch 3 Meter abkommen. Mal schauen mal, wo die neue Saukmaschine sind. Ich muss mal gucken, wie das denn vom Stand geht. Das ist doch wunderbar, das läuft doch. Ich denke mal, der macht das mal anständig hier. Dann hole ich mir das mal an. Oh, vielleicht. Ja, am Ende macht er das nicht ganz so doll, nur schön. Das fertig. Gut, wunderbar. So, dann kann ich den nach Hause fahren, wunderbar. Das nächste muss ich dann darauf achten, dass ich die striegel. Jetzt kann ich den Saatgut auch wieder zurückfahren. Das gefällt mir. So, dann habe ich den Saatgut auch schon noch. Ich kann Gas ernten. Das ist ein bisschen anwohnt. Kann ich dir das nicht? Das ist nicht so schön. Jetzt kommt es los. Ich will euch wieder auf das andere Gäste reden, wenn ihr euch auch so nehmt wiederholt. Der ist ein schöner Rundleider optimal, hier kannst du überall alles sehen, rund umgucken, nach oben gucken, dann kannst du genau sehen was du machst. Oh je, die Schmierfinke wieder da. So, Hof angekommen, müssen wir jetzt mal tanken. So, passen. 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 So, passen, dann mal hoch hier. So, passen wir mal einsetzen, ne? So, passen wir mal hoch hier. Wie sieht es eigentlich bei den Kühen aus, mit Fressen, da mache ich einen 25-100% ich muss bei den Schweinen was auch machen, Kartoffeln und Zuckerroben muss ich zuführen Ich muss auch hier ein paar neue Tiere kaufen, die Geldscheffel, ein paar neue Tiere, ein paar neue Schweine Das muss ich sagen, dann muss ich auch hier nicht verfolgt, den mal noch machen Die kleine, den wir auch hier ein Aber ich muss noch gucken, hier hinten lasse ich mir noch ein paar Hänge kommen, die sind hier Jetzt kann ich das überlaufen alles Jetzt stelle ich sie alle hoch hin Und was ich denn brauche, das nehme ich denn Ich brauche noch die Anlage So 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020